Liebe Gutmenschen, wie fühlt es sich an, wenn plötzlich eure privaten Daten im Netz landen? Eure Meinungsdiktatur geht zu Ende, denn euer Gegner ist zu groß für euch. Na, rettest du wieder Deutschland? Mama, geh weg, du bist peinlich. Ihr seid nicht mehr sicher. Ich weiß alles über euch. Oh, Herr Altmaier, was haben wir denn da? Ich bin bereit, den Ordner Peter Lecker zu löschen, wenn folgende Forderungen erfüllt werden. Todesstrafe für Cheetah. Ja, Fortnite statt Sportunterricht. Mehr Taschengeld für mich. Die Mathearbeit von letzter Woche wird nachgeschrieben. Ich darf im Schwimmunterricht ein T-Shirt tragen. Energydrinks in der Schulkantine. Mach dich bitte Bettfertig. Och, Mama, noch fünf Minuten. Die sogenannten Satireformate, Extra 3 und Heute-Show werden abgesetzt. Dieses Land wird sich verändern oder für ewig brennen. Was machst du denn? Oder redest du etwa mit einem Mädchen? Och, Mama. sost gi complaints. Äh, ebenso ganz Schuldig.